ich hätte noch nicht mal ein feuerzeug dabei also von daher ist das schon wieder entschleunigt aber müssen auf jeden fall noch eine kuh mit nach hause nehmen beziehungsweise und seine kuh fragen weil ich habe ja haben da in den ersten drei oder vier fünf folgen eine uni getauft und die muss man auch wieder uni taufen also das machen wir musste mich zwar auch wieder selber daran erinnern aber wir machen das bist neu auf den kanal hier gefällt was du siehst dann lass doch gerne eine positive werbung da kommentieren wenn du es noch nicht schon getan hast abonniere und aktiviere die glocke dann verpasst du keinen neuen content hier auf meinen kanal wenn du namentlich genannt werden möchtest in einer aufnahme als neuer abonnent schreib ruhig gern deinen namen unten in die kommentare rein denn youtube zeigt mir gerade nicht mehr an wer mich abonniert hat also ich kriege keine benachrichtung xy hat ein kanal abonniert wenn du das möchtest dann schreibe ihn rein wenn nicht es liegt alles bei dir ich bedanke mich fürs zuschauen und viel spaß jetzt weiter bei der folge blindsteel gut hat sich schon geklärt bain of athrobose protection melone können ja mal kurz schauen okay das ist eigentlich intakt wir können ja mal spaßeshalber gucken wo wir rauskommen einfach nur so just for fun meinem nähter dürfen das nicht so viele blöcke sein ich glaube hier war das portal abomisch muss mich erstmal wieder finden ich finde mich nicht schlimm rot auf rot da hier nennen wir mal portal 2 ganz einfallsreich bin ich heute okay hätte ich jetzt hier gold erz gefunden oder so hätte ich gleich mitgenommen aber sei es drum da ist noch ein portal wenn sie es anbietet super ich habe ein boot weg geschickt ihr habt es bestimmt schon gemerkt und reingeschrieben nein du hast dein boot weg geschickt ei 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 okay ouch so damals mal loot der ist nicht gut gesägt hat ja gut das ist einzigste guter gut und das beste ist natürlich hier oben unsere zwei gold blöcke geht aber jetzt eh gleich erstmal spannen und dann wird sich mein zukünftiges ich freuen wo bist denn der schon wieder hin falls ich mich nicht selber dran erinnere oder nicht gerade wieder hier die welt neu installiert muss naja ich nehme jetzt hier gerade schon fast anderthalb stunde auf so eigentlich schon mal relativ gut und das ohne zu trinken ich merke es aber die stimme wird babbisch babbisch wird ich lasse die kühe eigentlich bin ich ja wegen anderen sachen losgegangen wegen denen bin ich losgelaufen ich will die meiner zeit bin natürlich durch die neue installation auf eine andere taste gelegt ist aber gut ich würde am ende eh nur alles größtenteils verschwinden ok entweder wird es ein langer heimweg oder wir teleportieren uns nach hause ausschau halten vielleicht sehen wir ein dorf ich will sagt nein isl auch schlau hier sind schafe ich nehme dich nicht mit chicken langs kein evil chicken kommt ist alles gut ja dann mähe doch so ein sound macht haben wir schon mal so jetzt muss ich mal kurz da oben was gucken weil das sieht mittel so aus wie so eine geode wäre natürlich schön kann allerdings auch nur ein marble vorkommen sein aber selbst wenn das nur so ist auch nur marble ist marble ist marble es ist marble jawohl so kann man nicht mehr kurz gucken used so kann man für diese crafting rezepte nehmen für den reinforced stone können wir diese marble bricks machen mag marble tiles ok kann man solches mosaik muster machen das könnte man eigentlich dann für die dorf ist nehmen nehmen wir haben wir was mit eisen ich muss generell auch mit der barriere unter mal meinen gehen mit euch aber im grunde genommen könnte man sogar für die main der menschen und seine mining turtle machen aber ich denke mal was würde die eher drauf hinauslaufen dass wir uns zurückorten bei 1200 blöcke der baum sieht schön aus da gucke ich mal hin ich will bloß gucken ob das zufälligerweise gerade auch ein Dorf gut das nehmen wir jetzt noch mit das Dorf looten wir noch nach allem was gut ist vielleicht bekommen wir dann auch mal endlich Tee wenn du jetzt weißt wo wir den Tee bekommen von industrial craft schreibst du dich mal gerne rein nehm wir mit gut 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 Vielen Dank.